herzlich willkommen und zurück zu let's play ww mit unseren hordejäger ja wir sind an den missionstisch wieder zurückgekehrt und gehen mal eine mission ab die unser begleiter abgeschlossen hat so was gibt es denn da schönes gestattet euch verschiedene streitkräfte okay so kann man die aufgabe auch gleich bei ich habe ohne abgeben zu sagen ich spreche mit der rohne um einen rekrutten fährst du bist du denn so hast mich allein okay das war es erst mal gibt es hier noch was schönes so dann sind wir erst mal an den schiff fertig können wir mal unten und dann können wir mal gucken aber jetzt hier eigentlich noch ein bauch die karte muss erstmal laden so da haben wir noch eine aufgabe da haben wir da haben also wir gehen das mal zum flugpunkt und gucken mal wo wir hin fliegen können und dann entscheiden wir uns mal wo wir das sowas weitergeht das sieht sie nach dem könig aus na so muss denn der flugpunkt noch ein ist noch ein höher sein genau müsste hier oben sein da ist der flugpunkt oder hier ist der flugpunkt okay so wo können wir denn hier hin fliegen wer ist denn euer wir können da nicht hin fliegen aber wir können hier hin fliegen dann laufen wir hier lang und guck mal wo wir dahin sein so machen wir das guter flug saurier ich weiß es gerade gar nicht wieder befällt der name gerade gar nicht ein also ich war schon wieder heiß aber fällt der name gerade gar nicht ein da steht da leider nirgendwo so wir werden an der hier wenn wir jetzt landen wenn wir die straßen lang laufen zu dem flugpunkt und gucken dass wir da landen auf kurs halten hallo ist normal auf und wir rennen richtig genau guten tag aber schon tag aber den kollegen haben auch ein paar aufgaben erledigt so und jetzt müssen wir leichter über die brücke und dann da lang da gibt es bestimmt auch aufgaben beim flugpunkt über die brücke wollen wir du bist so leicht düster was ist denn da unten okay den lassen wir aber in ruhe so und hier lang möchten wir ist ein weg wir sind am weg vorbei hier ist der weg ein paar flusspferde oder so was ähnliches auch schön kraut erz kraut erz kraut da das nehmen wir natürlich mit was gibt es hier nie da springen jetzt nicht runter da gehen wir mal lieber hier lang so so das wird ein weiter weiter wird ein weiter wird wird das ich muss sagen das land gefällt mir echt das sieht echt schön aus schön in dünnisch ich glaube wir müssen hier lang hier ist ein rahm ob oder irgendwas ist dann da kommt den kinder den kinder hier ist strömung so ein bisschen aufpassen da war eine starke strömung hier ich brauche ein ziel sehr schön kommen auch hin zum guten den rahm ob hammer besiegt ein bisschen macht dass die braucht man immer so ist doch mal wieder zurück über die brücke gut dass er unser fluss und sicher unter gedrängt hat das wäre was geworden so angehen wir doch erstmal aber wir holen erstmal den flugpunkt oder das ist das müssen wir sowieso lang das geht nach da wir wollen aber nach hier ok dann sind wir doch richtig weil ich muss sagen ich ist alles neu für mich ihr kennt das schon aber ich weiß ich das spiel auch derzeit paar andere spiele nicht nur auf hardcore ww wieder derzeit deswegen ist ich kenne ein bisschen zurück ist ja nicht schlimm es gibt schlimmer seit zurück zu hängen ein addon genau nicht mehr nur der hundertprozentig ww spieler spiel auch auf und zum anderen spiel das wisst ihr ja auch ja was soll ich dazu sagen so das ist nun das ist die andere fraktion aber hier keine aufgabe nicht habt ihr was antikes zum tauschen aber es muss mindestens 200 jahre alt sein ok aber ich kann hier ein bisschen müssen was verkaufen da kann man das schon mal ein bisschen leerer machen wir kriegen auch jede menge kohle wenn ich anfange meine ganze alte rüstung zu verkaufen so haben wir jetzt gemacht darum jetzt erstmal den flugpunkt dann haben wir das schon mal jetzt haben wir den flugpunkt das sieht ja dass sie aussieht als in der nager wieder sind ja da siehst du schon gut da haben aber keine aufgabe müssen der straße folgen dass da ist so weit entfernt ja gut dann lassen wir uns erst doch erstmal da was denn los mit dem warum sind die alle so feindselig da ist das schiff irgendwas war ja mit schiffen das ist eine aufgabe da können wir es abgeben da können wir die aufgabe abgeben von silvanas von dem verlassenen schon guten tag raus mit der sprache tötet zehn schiffbrüche vertraut niemandem beschafft informationen von der allianz auf der hut sehr schön wie allianz mit so mit fünf käfer ein bisschen prassen so haben wir fünf stücke krabbenflasche kommt wieder da haben wir ein bisschen was zu tun gut aber wir fangen einfach mal von vorne an kämpfen uns durch so krabbe ist sieg erste krabbenfleisch macht hier die käfer müssen wir auch sammeln jetzt bewegt sich doch mal einsammeln sehr schön den ersten käfer da gibt es die nächste krabbe wir sollen auch nicht von euch töten allianz schmutzel so dann müssen wir dich einsammeln krabbenfleisch hast du gezählt ja schön die ist die nächste krabbe kämpfe uns einfach durch hier nächste krabbe ist besiegt angriff so da ist ein kraut das holen wir uns auf jeden fall da kann die allianz dazu an die käfer einsammeln das kraut hier ist noch irgendwo was ja komm jetzt nehmen wir mal ein paar mit ein bisschen action hier machen das müssen wir glaube ich doch tun wir brauchen informationen von denen ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel ok keine informationen es gab keine informationen da unten ist das kraut mücke kommen so brauchen wir noch ein käfer schöne kraut ich brauche mal auf dann hole ich mal dich dich so noch mal gelaufen oh das ist das ist die ist die hätten wir glaube ich nicht angreifen sollen plan b weglaufen weglaufen sie haben unser tier getötet da kommen sie ja die hören aber auch nicht auf uns hinterher zu laufen was ist denn mit der los ich muss zuerst etwas anvisieren ach wir haben gar kein tier wieder ne rufen wir mal unser tier nochmal so guck mal auf die karte die müssen wir noch töten das ist weiter da müssen wir mal gleich gucken wo das genau ist ich stelle mich noch mal tot so langsam verliert sie ihre leger es ist auch noch kommen fleisch nein kommt denke ich muss näher heran auch mensch was macht denn unser tier ich brauche ein ziel so da haben wir die aufgabe das heißt denn das im briefkasten wie soll ich denn hier reinkommen hm wie soll ich denn da reinkommen insekten sammeln machen wir das noch aber wir wollen doch noch krabben ich bin außer reichweite na los und machen wir das mit krabben fertig so stirbt sehr schön da ist gleich die nächste also jetzt haben wir einen Vogel getötet ne ich habe kein Ziel so gucken wir irgendwas soll hier vorne sein dann gucken wir gleich mal ah die allianz das ist okay ich muss zuerst etwas anvisieren nur noch ein stück krammfleisch hier ist die letzte krabbe ich habe kein ziel da haben wir auch abgeschlossen so ist noch informationen kriegen wir bestimmt auf dem schiff hier aber hier ist da da ist das erz ne mücke brauchen wir auch noch das ist doch kein problem für uns so ja da haben wir den besiegt ja ihr könnt ja mal auch erzählen mittlerweile seid ihr auch schon bestimmt viele 120 ich habe zwar schon öfters gesagt aber umso älter das addon ist umso mehr wisst ihr bescheid wie findet ihr das die endstufe equipt jetzt die neuen instanzen auf mythisch das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben das soll mich echt interessieren weil ich noch nicht weiß wie wirklich das level also auf level 120 so dass ich habe noch kein da bin ich ehrlich ihr wisst es ja wir spielen zusammen den hoch ja könnt ihr auch mal in den kommentar schreiben ob wir die level phase so komplett sehen wollte und ob ich immer euch nur noch ein paar teile zeigen was an wie ich wäre dafür wir machen das ruhig von anfang an zusammen so jetzt sind wir rum na das war klar dass du uns an weißt so haben wir besiegt die letzten informationen oder was mich interessieren würde ob wir das so ok finden mit dieser länge da folgen wie ich die mache also zwischen 15 20 minuten finde ich eigentlich relativ okay auch ein ziel und den letzten informationen studie bestimmt irgendwo ich habe kein ziel für uns dahin gut ich würde ich nicht anreifen schnitzeln wir uns hier einfach schnell weiter durch ich muss zuerst etwas anvisieren wo sind denn die letzten informationen ja komm greifen schnitzeln so und er ist besiegt auch ich brauche ein ziel ich habe kein ziel sehr schön da haben alle informationen zusammen getragen und können die aufgabe abgeben können wir die nach hinten gehen wir hier lang genau da oben können wir so abgeben das werden wir auch noch schnell machen unser raptor schwimmen schwimmen so schwerfällig so und dann hoch mit dir ja guten tag guten tag ist ja gar keiner drauf doch was gibt's ich sehe dich auf der anderen seite hier gibt's das gute zeug man bei mir gibt's kein zimpern solange die tasche let's play wo w mit dem jäger auf der hohen seite bis dahin tschüss bis dahin